Ich glaube das ging ja sogar. Das sind 112 Fans, Alter. Boah, leck mich am Zück. Geil, ne? Das ist doch mal geil, ne? Ich hab ein bisschen Langeweile gerade. Weiß gar nicht, Amy mag ich das ME-System noch nicht wirklich. Ne, ich kann aber mit umgehen. Kann ich auch, aber trotzdem. Ja, für meine Zwecke reicht's. Ja, ne? Und außerdem ist das mit dem Speichern, da ich ja diese verschiedenen Komponenten von der Baumfarbe nach auch immer in so einer Disk speicher. Hm. Ist das für mich ein bisschen einfacher? Ja. So. Nein, ich brauch jetzt schon im EK, ach du Scheiße. Das konnte man doch nicht mal herstellen, dieses komische Quarzzeug. Dann musste man entweder craften. Oh. Der hätte ich mal nicht so an. Neta Quarz. Pulverweiser. Ja, toll, Alter. Okay, ich geh in die Hölle. Ja, dann mach das. Da gehörst du auch hin. Ich sollte aber vorher mein Jetpack aufladen irgendwo. Ja, alles mögliche. Ja, da gehörst du auch hin. Ey, man kann doch nicht mal NETA Quarz herstellen. NETA Quarz. Oder? Yeah. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nein, jetzt hab ich auf Rezepte geklickt. Nein, jetzt lädt das wieder so lange. Okay, es geht nicht. Ich kann es nirgends wie herstellen. Na, Fink. Ich werde hier noch verrückt mit Flash, ehrlich. Oh. Block of Smoky Quartz. Cool. Ach, gerade vielleicht. Smoky Slaps Pillar. Man kann Kerzen machen, okay. Man kann vieles machen. Nein. Oder von keiner Ahnung. Ja, komm, ich geh' noch in die Hölle. Ist so gut. Ist so gut. Hat man das gehört? Was? Ja. Was denn? Das hier. Dreckst du, ich hab' mit dem Mund zugerübst. Ja, komm. Was soll die... Wen juckt's? Wenn's einem nicht passt, dann soll er nicht gucken. Ja, stimmt. Auch wieder. Tschüss. Tschüss. Alle, die nicht gucken wollen. Tschüss. Tschüss. Ist doch wahr, mittlerweile. Ja. Junge. Blaze, bleibst du wohl da? Sind ja sowieso nicht allzu viele, die gucken. Ne. Was ist das, ja. Ah, Blaze. Blaze. Blaze macht mir die Hucke grad warm. Iiii. Mach mich so heiß. Blaze. Oh, meine Scham-Farm muss ich auch noch machen. Für die verdeckten Kabel. Deine Scham-Farm? Meine Scham-Nein. Ich lass den Spruch jetzt sein. Ich hab nix gesagt, das hast du. Ich hab's so gedacht, glaub ich. Oder gedacht. Aber das ist deine Schuld. Ja, immer meine Schuld. Schnack, schnack, schnack. Ja, meine nicht. Alles klar, immer meine Schuld. Klar. Fortune hab ich dann drauf. Fortune 3 ist was größer. Aua. Spinne. Spinne. Aha. Spinne. Ja, du spinnst, das stimmt. Protection 2, älter. Ah, du spinnst wirklich. Das ist schon echt. Oh ja. Hallo, Pig-Männer. Warte mal, ging eigentlich ne Curry aufzustellen? Hätte ich schon Bock. Nein, jetzt hab ich so'n komischen Stein, damit die Pig-Mans mich angreifen. Verdammt. Aha. Mist. Seid alle schon lieb zu mir. Ich mag keine. Doch. Nein. Ah, was mach ich denn da? Weiß ich nicht. Weißt du immer, mach's gar nix. Hm. Meinst du? Ach so. War ja auch falsch gedrückt, eben. Das ist wieder dunkel. Ja, ich kann schlecht schlafen gehen. Ich auch. Du weißt, wenn ich nicht schlafe, im Nähter, dann platzt man im Bett. Dann platzt man im Bett? Ist das so fett? Na, das ist komisch. Ah, Gott, wie. Oh, diese ollen, blöden Fledermäuse hier. Das ist ne blöde Erfindung. Ging das nicht, auch wenn man in anderen Dimensionen war? Nein, gehen die Betten kaputt. Nein, das mein ich doch nicht. Wenn du in einer anderen Dimension warst, dass ich hier schlafen gehen konnte. Weiß ich nicht. Wo ist aus? Das ging ja. Doch, das ging. Das geht? Naja. Ist schon der Tag draußen. Ach dann. Ui. Was war ja Bescheid. Hab ein bisschen stippelst, aber naja. Nachher. Zwei Stunden nur reines Bauen, ne? Hm. Aber ich hab stippelst. Schon wieder. Bin in den Taggerand eben schon wieder ein bisschen was geguckt. Und, ja. Bitte laden Sie Ihr Handy auf. Handybrauch Energie. Oh mein Gott. Hab geguckt, was für ein blödsinn Flash da baut. Ey, ich bau da noch gar nichts. Drei, vier, das. Hey, das ist doch noch nichts. Ja, aber hast du mal, also zumindest so wie du es hinsetzt, so komisch. Komisch? Ähm. Und neben einem anderen Projekt hast du auch übertrieben damit. Da hab ich aber, oh, da, oh, oh. Ja. Oder, ach ja, eigentlich. Ich hab auch mal extrem groß gepresetzt. Ja, aber auch ganz schön groß. Ja, je größer, desto schneller laufen die Prozessoren und, und die Arbeitsgänge. Cool. Warte, warte, warte. Okay. Und, ich brauch halt ich nur mehr als eine Rezeptseite. Ich brauch da schon ein paar mehr. Na, das brauchst du. Das stimmt. Also im Singleplayer weiß ich, dass zwei nicht reichen. Und da habe ich ja nicht alle Mods drauf, die hier zum Beispiel draus sind, mit diesen Ultimate Hybrid Solar Panels und sowas. Da fallen ja alle weg. Da hast du auf uns alle recht. Ja, eigentlich habe ich ja immer recht. Nein. Hast du nicht. Doch. Nein. Und da das wegfällt, naja. Du hast keinem nicht immer recht. Oh, doch. Nein. Oh, doch. Nein. Oh, doch. Nein. Nein. Oh, schon das Portal. Oh, jetzt habe ich mich voll verfranzt, verdammt. Alle meine Entchen schwimmen auf die See. Ah ne, da ist es. Schwimmen auf die See. Ey, man sieht es eigentlich voll gut, den Sporen von der Hölle. Ja, cool. Sieht voll geil, glaube ich. Hast du schlecht gemacht. Quietsch. Quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Wie quietscht das genauso, ne? Ah. Ah. Kann ich es aber für. Ich habe schon wieder den Stick von den Smooth Blacks zurück. Mein Gott, ey. Okay. Du gibst jetzt erstmal das. Ich habe gerade irgendwie so ein Bandex-Lied an. You are one to what you are. Ja, von Papa. Ja, von Papa Fuel Music. Weiß ich gar nicht. Von Papa Fuel Music. Ich glaube ich auch irgendwo rumkleben. Ja. Rum kleben ist klar. Kleb, 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 kleb. Kleb, 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 kleb. Ein Steck. Ein Stecki. Ein Steck rum im Steck. Ein Stecki, Stecki. Ein Steck rüben Steck. Ein Steck rüben Steck. Ein Steck rüben Steck. Habe ich denn noch was? Da habe ich nichts mehr. Quietsch. Oh, ein Stack habe ich zusammen bekommen. Wey. Hast du noch eine leere Turtle? Also unbenutzte Turtle? No. Habe ich nicht. Was habe ich denn da noch? Eine Dia-Crafty-Turtle. Ne, ich brauche keine Dia-Crafty-Turtle. Ach, du hast selber eine. Ja, ich mache mir jetzt wieder eine. Du wirst dir jetzt fast auch gar nicht. Dürtel, 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 Dürtel. Ach, die Hau kostet auch noch Eisen, ist klar. Habe ich nicht. Oh, hol dir Eisen von mir. Weiß ich viel Eisen ich habe. Ja, war mir irgendwie schon klar. Ich glaube, ich mache mal zehn Turtle. Aber ich bin ja so nett zu dir. Ja. Eisgelett da drüben. Oh, ja, ja. Hi. Hi. Jeff. Ich fühle das echt. Ich mag meinen Bogen. Na, wollte ich mir auch noch einen Queften. Aber nicht so einen. Ich mache einen anderen. Besonders mit der Verzauberung. Der ist geil. 1, 2, 3. Ich verbau mich hier gerade. 5, 6, 7. Brauch ich sonst noch mehr Eisen? Da war ich noch Redstone. Ach, nee. Ich brauche nur 70. Ja, ist klar. Wegen der Scheiß-Fack-In-Erwann-Schule. Ja, das habe ich noch. 70 davon. Tipp, 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 tipp. Tipp, tipp, tipp. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Boah, ey, ich bin gerade mit dem Bau nicht. Ja. So wie du. Nein. Doch. Nein. Ja, das ist wenn du so nur lang grenzt und nicht dieses Schiff gedrückt gemacht hast. Da muss man mal gucken, weil sonst verbaust du dich die ganze Zeit. Möglich, möglich, möglich. Manchmal setzt das viel zu schnell. Möglich, der Sir. Ja, exquisite Nahrung habt ihr denn da? Nee. Exquisite, exquisite. Nein, der Herr. Doch, die Dame. Nein. Doch. Nein. Ach. So, 10. Warte mal. Bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Badadan. Schatten, schaden. Dadadan. Dim, 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 dim. So, wieder verbaut. So, ne, Turtle. Und ne, Turtle. Und noch mehr Turtle. Zack, gips, schon wieder verbaut. Oh mein Gott. Ja. Er hat sich schon wieder verbaut. Und? Nicht schon wieder. Schon wieder verbaut. Ich will das wieder malen. So. Machen wir vier Turtle für Scheren? Ja, können wir ruhig machen. Flash ist doof. Der Flash ist doof. No way. La, 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 la. Eine Share Turtle. Zwei Share Turtle. Drei. Und vier. Hab ich denn noch Holz? Ach ne, ich hab ja Juju Meta. Hohoho. Oder hab ich aber noch so. Ein, zwei, drei, vier, vier. Ich hätte mir ja auch Juju Meta von dir genommen. Dieb. Für heute. Lüncht ihn. Wie viel Juju Meta produziert er eigentlich? Keine Ahnung. Ach so. Du bist ja auch nur ein Recycler, ne? Ja, genau. Hä? Ja, hab ich ja auch noch. Okay. Ja. Da kommen aber noch mehr rein. Da kommen keine Ahnung. Ja, ja. Deswegen produziert er noch nicht so viel. Ne, noch nicht. Und noch. Das ist aber auch, weil ich noch nicht, äh, so die Mengen habe. Ja. Weil hier muss ich auf jeden Fall fucking setzen. Jo, alles voll rot. Scheiße. Dann für Spaß. Mhm. So, cool. Krops. So viele fucking hab ich da nicht dabei. Krops, Krops. Aber erstmal baue ich hier alles hin. Ja, deswegen sag ich auch wegen dem Schlaf, ne? Wir müssen unbedingt schlafen. Ich hab ja auch noch keine verkehrende, ne? Hallo, ich bin hier unten. Trotzdem spawnen dich. Auch wenn das Feld ist. Ja, aber dann ist aber allgemein dunkel bei dir. Ne. Bin ich hier unten? Ja. Was? Ach, das ist ja mal geil. Ich hab doch oben das Muster drin, ne? Das muss ich ja hier auch reinauen. Und durch. Das Gittert kann ich genau sehen, wo das Muster ist. Glück. Was machst du denn da, was machst du denn jetzt für ein Muster? Weil machst du ja jetzt so schwarz und weiß in Reihen oder was? Nein. So mein ich das gar nicht. Ich muss ja das machen, dass es nach unten geht. Ja. Dass man von da oben nach unten kommt. Etage weiter. Mach doch einfach oben eine Reihe mit ganz vielen Rift-Doors. Ja. Mach mal Arsch. Nein. Ich brauche ihn nicht. Das brauche ich nicht. Hm. Normales Holz. Und davon was. Ach ja. Die Tür nehme ich mit. Ich finde nichts Neues. Ne. Oh. Ich glaube aus Yu Yu Meta ging sogar reines Gras. Gras? Ja, das ging auch. Ah, nur wie? Keine Ahnung. Hast du nicht gerade eben offen gehabt? Ja, habe ich immer noch. Wasser? Ähm. Schnee? Weil Yu Yu Meta. Hab's. Also. Ja. Du mich auch. Wozu gucke ich extra für dich? Ja, ich habe einfach jetzt durchgekräftet. Penis. Nein. Doch. Dann mache ich nämlich hier hinten. Hier.